ja hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute mal mit einer relativ spontan aufgenommen Runde Minecraft Quickes G und dann losen wir erst mal die erste Kiste die mehr relativ Scheiße drinnen gehen dann mal auf den da Nein das tust du nicht nein nein was zur Hölle es geht gerade ab Jungs Schuhe schon mal anfangen Alter ich hab immer so die Angst dass jetzt einer ich hab der überrascht kurz sortieren Angel in Jesus ich eh nicht mehr so viel so dezent auffällig ich bin ich bin ich bin loll loll das habe ich nicht gesehen äh ja stuff für Spieler übrig ich warte mal sieht mich eine da oben ist eine da oben ist eine Headshot jo was was nein ich bin nein not for real als ob ich jetzt am fall schaden gestorben bin warte vor g alter jo das war knapp man dann gehe ich in die neue Runde rein und ich jetzt take jo mann alter das war die erste Runde die eigentlich richtig geil war so spontan so das muss und die große ja eindeutig stuff aussagt du kriegst gleich auf die Frise ich glaube die da oben ist auch gelootet Safe ist cool fuck scheiße ja gut hab ich gesagt und ja da kämpfen wir auch in der nächste Runde und nach zwei Runden nein ich bin nicht nein ich brauche Glück komm hab ihn sauber zack meins äh das Brot hätte ich schon gerne ähm Kistenlöck ist drinnen nein was zur Hölle das war knapp alter so wenn ich jetzt auch mal hinkriege deswegen kommentiere ich eigentlich lieber nach aber 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 ich mach das lieber auch ähm ich denke mal das ist auch so möglich und ich werde jetzt einfach mal versuchen heute ein Thema anzusprechen nach drei Runden und zwar nehme ich dass ich bald Livestream werde ich werde mit mehreren Leuten Livestream und ich würde sagen der würde zu Freitag 20 Uhr oder auch 19 Uhr je nachdem wie ich grad live bei mir läuft's gerade guck man technisch guck man technisch ach ne das gönne ich nicht tschüss hau rein nein du klei zack hau rein zack ah fuck ja der hat mich Was? Was? Was geht mit mir? What the fuck? Also, jedenfalls. Ich schaff das noch. Also, ich werde in nächster Zeit einfach mal Livestream. Jeden Freitag. Ich will schauen hoch die Hände, Wochenende und so. Oh no. Lustig. So. Jetzt können wir weiterreden. Der hat mich nicht ge... LOL! Ich hab mein Schwerk gedroppt. Not real. Das war mir so peinlich. Nein! Nein! Das hat er jetzt nicht getan, oder? What the fuck? Also, jeden Freitag werde ich Livestream, wenn meine Fernbedienung angekommen ist. Nämlich, ich hab auch ein Bildschirm. Und danach ist die Fernbedienung noch nicht angekommen. Und ja, ab da. Also, wenn ich die habe, dann starte noch offiziell die Livestreams bei mir. Auf meinem Kanal. Nein. Ähm. Ähm. Ja. Kistenlack. Mal wieder drinnen. Ja. Nicht so gut das da. Ja. Ja. Ich hab' meinen... Helm. Zwei. Drei. Oh, was war ne Küste? Ja, lol. Die ist mega versteckt, Leute. Ich hab' gar nicht gesehen bis jetzt. Lol. Da hat's... ... für eine kurze Zeit meine Tassi müssen... ... umgelegt. So, das... ... hindert mich ja eigentlich... ... nicht am Spielen. Ich bräuchte eigentlich mal... Thanks. Ja, das war kackeisch. Safe call. Sieh's schon kommen, Alter. Lauf! 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 L- L- Fuck. Na, okay. Gut, ähm... Ja. Ähm... Ich heiße auf Twitch. Jetzt nochmal. Damit, äh... Ja, ich live stream auf Twitch. Ich komm' bisschen durcheinander. Gerade in der Aufnahme. Äh... Und... Ja. Twitch. Äh... Äh... In Minecraft. Also ich hab' das so miteinander verknüpft. Tatsächlich. Und ich brauche ein Schwert. Habe ich. Habe ich. Sauber. Ich brauch' besseren Staff. Hier ist... Ja, als ob. Ich geh' nach oben. Kann ich noch was geben? Oh fuck. Ja. Ja. Freaky bin ich einer. Richtiger Freaky. Alles klar. Äh... Ja, Game Mode. Alles klar. Nein. Ähm... Yo. Dann... Hier zum Mal, um alles zusammenzufassen. Jeden Freitag, wenn ich an die Video angekommen ist, ich werde es in einem Video ankündigen. Und wenn sie da ist, werde ich das nochmal rausheilen. Und... Äh... Äh... Ja. Schwanz. Alles klar. Ähm... Großpanzer... Schöner. Also der... Hab ihn. Ja. Also. Jeden Freitag... Auf Twitch Livestream. Ich heiße EnderDutap wie Minecraft. Ihr wisst es glaube ich nicht, wie ich Minecraft heiße. Aber gut. Ähm... Ähm... Um es nochmal zu verdeutlichen. Ich bin diese Dude hier. Mit dem Kopf. Das könnt ihr sehen. Der vierte. Der dritte von unten. Der vierte von unten. Okay. Ähm... Ja. Livestreams werden kommen. Jeden Freitag. Ich werde es vorher nochmal ankündigen, wann die Familie uns tatsächlich angekommen ist. Und wer Bock hat, kann ruhig zugucken. Ich werde... Das einfach Chilimilly machen. Und vergesst nicht Leute. Hoch die Hände. Wache ein Ende. Und würde einfach mal sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich nehme es auch am Freitag auf. Also passt es auch relativ mit dem... Hoch die Hände der Wochenende. Und ja. Gut. Dann soll ich auch mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ciao.